Hallo liebe Lockjagdfreunde, ich bin Nils von der Lockschmiede und ich möchte euch heute den Lockschmiede Fuchsmagnet vorstellen. Mit dem Fuchsmagnet können wir verschiedene Klagelaute von kleinen Nagetieren imitieren und somit das Raubwild zum Zustehen bewegen. Wichtig ist, dass wenn ihr Raubwild reizen wollt, müsst ihr ein sterbendes Tier simulieren. Das Tier befindet sich im Todeskampf, es klagt, es schreit jämmerlich. Das müsst ihr auf die Fläche bringen und dann bekommt ihr auch den Fuchs zum Zustehen. Und das sollte sich so anhören. Diese Klageserie solltet ihr ungefähr in dieser Länge spielen und ihr solltet sie nicht alle fünf Minuten wiederholen, sondern schon eine Viertelstunde bis 20 Minuten warten. Weil es kann ja durchaus sein, dass in dem Moment, als ihr diese Klageserie gespielt habt, dass gar kein Haarraubwild in der Nähe war, was diesen Locker hätte hören können. Das heißt, ihr könnt abwarten, wenn nichts kommt, könnt ihr gern nochmal klagen. Ihr könnt diesen Locker das ganze Jahr über benutzen, ihr könnt damit Stoppelfüchse bejagen, ihr könnt im Winter auf die reifen Belge jagen. Der funktioniert eigentlich immer, außer während der Hochrans. Da hat der Fuchs ja was anderes im Kopf und dafür haben wir auch die passenden Locker. Ich wünsche euch allzeit Weidmannsheil mit dem Lockschmiede-Fuchsmagnet.